Namaste und Hallo Zama. Ich bin Nima von Nepal und ich bin eine lokale Reiseleiter für Imbach seit sieben Jahren hier in Nepal. Wegen dem Virus, Tourismussektor und Hotelssektor haben die großen Probleme bei uns. Februar, März, April und Mitte Juni ist die Hochsaison für Trekking bei uns hier in Nepal. Aber das Virus hat alles kaputt gemacht. Da gibt es keine Touristen für Trekking, keine Gäste im Hotel. Alles ist geschlossen im Moment. Seit 27. März, die Regierung hat vielen Touristen geholfen, zurück nach Heimat zu gehen, die in Nepal war. Und die Hotel- und Trekkingfirma hat auch keine bestimmte Entscheidung von der Regierung. Wir wissen auch nicht, ob wir einen Unterschied von der Stadt bekommen oder nicht. Hoffen wir, etwas ist eine gute Lösung von der Regierung. Im Moment habe ich viel Zeit. Ich liebe Wanderung und Flote zum Spielen. Aber im Moment kann ich nicht draußen gehen. Darum spiele ich viel Flote zu Hause. Ich lese auch Buch. Ich schreibe meine Gäste in der Schweiz und höre, wie die Situation dort ist. Ich verbringe meine Zeit mit meiner Familie. Ich plane für meine Arbeit für die Zukunft. Wie kann ich das weiterfahren, wenn alles vorbei ist? So benutze ich die Freizeit im Moment. Das ist auch nicht so langweilig, als ich gedacht hatte. Wenn alles vorbei ist, ich bin gerne froh, mit meiner Trekkingarbeit weiterzufahren nach der so langen Pause. Am Ende wollte ich sagen, Imbach hat eine gute Entscheidung gemacht, zur Nepal-Reise abzusagen für diese Saison. Gäste für uns ist viel wichtiger als die Reise. Wir können viel Reisen machen, nachdem diese Pandemie vorbei ist. So liebe Leute, bleibt vorsichtig und bleibt gesund. Grüße aus Nepal.